Es ist der Centennial State, aber ein anderer Spitzname für Colorado ist die Schweiz Amerikas. Beide Orte besitzen riesige Berge. Beide vereint ein Problem. Nicht genug ärztliche Fachpersonen, die sich um die dort lebenden Menschen kümmern können. Dr. Kelly Stamp ist Dekanin des Lehrstuhls für Pflege an der Universität von Colorado. Dies war das erste Programm für Nurse Practitioner in den USA. In den 1960er Jahren, als Amerika in den abgelegenen Gebieten mit einem Mangel an ärztlichen Fachpersonen zu kämpfen hatte, brachte die CU Pflegepersonal fortgeschrittene medizinische Fähigkeiten bei, um die Lücke zu füllen. Als Dr. Stamp von den heutigen Problemen der Schweiz hörte, schien es ihr, dass ein Pflegeprogramm dort eine Lösung sein könnte. Dr. Meyer-Sumstein-Schacher ist Dozentin an der Berner Fachhochschule in der Schweiz. Die Hochschulen arbeiten zusammen daran, einen neuen Master of Science in Pflege einzuführen. Dadurch wird das Pflegefachpersonal gezielt ausgebildet, um Schweizer ärztliche Fachpersonen zu entlasten. Das ist eine große Möglichkeit für die Studenten, ihre technischen Fähigkeiten, ihre manuellen Fähigkeiten zu entdecken und mit Patienten zu entdecken. Und um ihre extenderen Pflegekenntnis zusammen mit medizinischen Fähigkeiten zu entdecken, die sie bisher nicht mehr können. Bis jetzt wurde das Pflegefachpersonal hier ausreichend genutzt. Sie sagt, dass jeder von dem neuen Programm, das jetzt das größte in der Schweiz ist, profitieren wird. Die Patienten werden von einer sehr gut-traineren Person, die in einem zweiten Akademischen Fähigkeiten zu entdecken, nämlich die Master of Science in Nursing. Und als such, hat eine wirklich große Backpackung von Wissen, die sie kann auf die Seite bringen, um die Patienten zu helfen, um ihre Situation zu helfen, um sie in ihre self-management zu helfen, um sie zu helfen, um sie zu helfen, um sie zu helfen, Ich sah eine neue Welt. Lea Fluck ist eine der ersten Studierenden in Bern mit dem neuen Master of Science in Pflege. Es war gut, zu hören, was sie in den USA tun haben, was ihre Fähigkeiten sind und was sie ermöglichen sind. Es hat mich geholfen, wie es in der Schweiz in Deutschland funktioniert. Es gab mir neue Perspektiven. Als sie ihr Praktikum absolvierte, merkte sie, dass die PatientInnen offen gegenüber neuem Gesundheitsfachpersonal wie Pflegefachkräfte waren. Studien zeigen, dass PatientInnen mit Nurse Practitioner sogar glücklicher sind. Aber genau wie Colorado in den 60er Jahren könnte es Zeit brauchen, bis Nurse Practitioner vollständig im Schweizer Gesundheitssystem akzeptiert werden, da dieses in der Geschichte von ÄrztInnen dominiert wurde. Die Pflegeversorgung führt eine Veränderung. Und es ist schwierig, die Basis-Käure in der nächsten Zukunft zu garantieren. Ich glaube, dass die Use von High-Train-Nursen nicht nur in der Primär-Käure oder in rurischen Bereichen notwendig ist. Für mich ist es notwendig, dass High-Train-Nursen in jedem Teil des Gesundheitssystems notwendig sind. Mithilfe von CU Nursing schreiben Absolventen wie Lea Geschichte, indem sie eine neue Rolle als Pflegefachpersonal in der Schweiz einnehmen. People are people, and they have difference in financial abilities, access to care, and how is it we build a role to help with improving their outcomes through the Nurse Practitioner role and having that complement to a physician role. We've got a long way to go, but that's the, when I talk about possibilities, I don't see it as an overwhelming, we can't get there. I see it as a possibility.